Selbst wenn es dir gelingt, deine Gegner mit deiner außergewöhnlichen Gabe zu besiegen, werden die inneren Bilder weiter über dich herrschen. Immer weiter. Immer weiter. Solange Hass dein Motiv ist. Ich gehe davon aus, dass überall um uns herum auf der ganzen Welt Dinge sind, die noch nie jemand gesehen hat. Falls es Überlebende gibt, sollen wir die üblichen Rettungsmaßnahmen einleiten. Alles klar, den Rest erledige ich. Um das andere kann ich mich später kümmern. Du meinst also, du hättest Ideen? Dann rück mal raus mit der Sprache. Ich möchte dich endlich wiedersehen. Begreifst du es endlich? Mehr Kraft, nicht so sensibel, du Schlappschwanz. Du wartest hier bitte, bis ich zurück bin. Nein, bitte nicht. Ich möchte herumlaufen. Immerhin sind wir doch auf einem Fest. Oh nein! Kanan! Es macht mir etwas Angst. Aber ich möchte in ihr gleißendes Licht eintauchen. Immer und immer wieder. I Psattopoli Ich weiß nicht. Ich sehe nicht.